willkommen 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 zurück zu streetfighter x megaman und ich muss natürlich noch so wie sie bei blanker wir haben einen 223 ist kein e-tank aber wir haben jetzt den optischen laser und den werde jetzt mal ausprobieren bei blanker mal gucken ob das bringt ich hoffe es doch mal den blanker lässt man mit ein verfluchten strich überlebt beim letzten part so blanker kommen ja er scheint trotzdem nicht so effektiv zu sein nur oh mein gott oh mein gott blanker blanker hör auf mit deinem hör auf blanker blanker hör auf hallo blanker es bringt nichts dieser laser bringt null der mitschein nur noch ein verfluchter schall und ich würde sagen hat oben bringt auch nichts bei dem laser nicht kick mich reflektieren nicht dann nehmen wir lieber die granaten ich glaube die granaten sind dann am effektivsten weil sie auch nach oben springen und er die ganze durch die gegend hüpfen wenn ich ihn nur treffe mit den granaten das ist ein junge das ist ein huren bock guckt euch diesen post die typen an sagt mir bitte was ich gegen blanker machen soll sagt es mir ich schaffe es nicht ich schaff blanker nicht gehen wir hier zu diesen zu diesem teil sim oder wieder typ auch immer heißt ja dieser komische genau dieser buddha typ da oder wer sein soll mal gucken vielleicht haben wir da irgendwas effektives gegen den und bekommen was dann gegen für blanker ok muss hier links lang da zeigt der file aber das war diese eklige richtig eklige stage die so richtig eklig ist mit diesen ekligen gegnern ja ich erinnere mich dran ich war hier schon einmal drin wenn das eklige gegner das sind richtig eklige gegner überall wenn ihr hoch ein leben ein leben ein wunderschönes leben hat ziemlich gut hier lang zu gehen geht es nicht weiter aber hier gab es ein leben dieser eklige typ hier wieder dieser spin typ hier aber den kann ich auslassen sonst habe ich hier wieder so ein spinner der einfach das blocken kann der kann einfach meinen super schuss blocken ekelig das ist das für ein assi ich laufe einfach vorbei mein gott weiter geht's ok da ist ein elefant warum auch nicht hier haben wir den spinner like geborst weg geknallt so wen haben wir hier aber so ein kollegen wieder oh gott verpiss dich jo natürlich junge will er mich gerade total verarschen oder was er geht mir gerade übelst auf die eier deswegen gehe ich wieder zurück wo mich hier gar nicht einfach rüber gegangen bin ich weiß es nicht und weiter ich habe nicht mehr viel ap was hier unten die musik und weiter ich springe auch noch rein sein damage ich bin so blöd ich bin so scheiße ich spiele megaman street fighter x ein leben verbraten für nichts solange da geht er mir auf den sack hier ich will in der aus was kann der hier alle ich weiß nicht ob ich hier richtig bin da oben gab es auch noch einen weg vielleicht gab es ein leben oder so eine rotz egal ich gehe jetzt hier weiter blockt der auf nein geil okay dann wäre ich da da ist ein e-tank ich muss zurück da ist ein e-tank ich muss zurück muss zurück da ist ein e-tank und den brauche ich sowas von vielleicht für den boss vielleicht auch nicht auf jeden fall brauche ich ihn ganz hart hier hoch dann da ab zum e-tank e-tank ist das wichtigste in diesem spiel oh gott die laufen die okay okay der auch ey das ist doch lächerlich diese dinger wisst ihr was mir ist das ja scheißegal ich nehme jetzt einen laser jo im laser bringt auch nix ich bin gerade fast an diesen ekligen dingern gestorben jetzt sterbe ich auch hier ich werde hier sterben ja weil er einfach nur op ist so wir haben e-tank egal wir haben dafür ein leben verloren haben ist bestimmt gar kein leben mehr oder doch ein leben haben wir noch ein leben am besten mit diesem leben und dem e-tank muss ich durchkommen ach du bist doch eklig du bist der ekligste man den ich kenne dankeschön dass du gestorben bist danke 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 vielen vielen dank diese vier sind so eklig das ist der hammer solche hoch wie drauf hier drauf hier drauf den töten jawohl hat gleich geklappt wie soll ich den jetzt töten wie soll ich den töten jetzt mal so eine frage ohne scheiß wie soll man hier vorbeikommen so lächerlich es ist so lächerlich gerade ist einfach nur lächerlich was hier auch was was bauen die hier für sie wo man nicht her kann bauen die sachen genau wie sowas man fällt gleich runter hier ist nichts nur ein raum wo der heini drin ist jetzt bin ich wieder runter gegangen oh mein gott geht hier meine ap die ist ziemlich gut ich werde gleich so sterben auch gott ist das hier eklig oh gott ist das hier eklig und ich bin gerade richtig dumm ich habe mir denken was mache ich vergleich meine ganzen leben ist so lächerlich diese verfluchten scheiß dinge oh mein gott ja komm noch da hoch am besten ich hatte mir jetzt nicht gewundert wenn der noch hier hoch kommt ich habe noch einschritt da bin ich tot ich brauche hp hp geht mir hp da ist ja p danke schön was ist hier unten What the fuck Und wie geht das hier? Hier komme ich jetzt da hoch geslidet Da komme ich gar nicht hoch Sehr gut Natürlich habe ich wieder alles umsonst gemacht, sehr schön Ich komme da nicht hoch, ich kann ja nicht springen und sliden gleichzeitig, geht ja nicht So, hier hoch Lol, ist das einfach nur eine Abkürzung oder was? Sie ist einfach nur Ich bin so dumm Ich bin so dumm und oh Gott Okay, interessant, sehr interessant, was hier gerade abgeht Und hier ist der Boss oder was? Sehr, sehr cool Rumgeslide, rumgeslide Ich habe drei Striche Ich weiß nicht, was bei dem effektiv ist Wir nehmen den Laser Der Laser, der sieht lustig aus Mal gucken, ob der effektiv ist bei dem Kollegen Was zur Hölle ist hier? Was kann der? Was macht der? Er macht Feuer Er macht Feuer auf dem Boden Und scheinbar ist der Laser doch effektiv Okay, er kann sich porten, alles klar Wie viel Leben habe ich noch? Nur noch dies eine Aber ich habe einen E-Tank Okay, ich weiß Bescheid Ich nehme den Laser Erstmal der hat ziemlich reingehauen Was ist seine Smash-Attacke? Oh mein Gott Okay Laser ist weg Weiter mit den Minen Minen Der war nicht ganz so schwer Wäre ich hier mal eher gegangen Also der Laser hat die wirklich weggedrückt Und die Minen dann dadurch, dass ich hier oben schadet und safe war Der war gar nicht so schwer Der konnte ja gar nichts Jetzt sind wir gleich zu den anderen War der richtig einfach Das finde ich cool Das finde ich nicht schlecht So kann es weitergehen Was bekommen wir von dem? You got Lange Arme Feuer Keine Ahnung, was hat er noch gemacht? AOE You got Entfernen Feuer, jawohl Feuer ist gut Das tötet bestimmt unseren Kollegen Unseren rollenden Kollegen Unseren Blanka bestimmt Jetzt gehen wir zu Blanka Ihr wisst Blanka waren wir schon etwas öfters Und wir haben ihn niemals geschafft Jetzt ist Blanka endlich dran Und er wird jetzt zerstört Denn Blanka ist ein böser Böser Mann Wir kennen den Weg natürlich alle Zu Blanka Wer kennt die nicht? Ich bin erst tausendmal hingelaufen So, ich muss nach oben lang Weil oben gibt es ein Leben Den können wir gepflegt auslassen Hier hinten ist dann das Leben Den können wir eigentlich auch auslassen Oh mein Gott Oder auch nicht Das war dumm Das war wirklich dumm von mir So Hier rüber Lassen wir das Lassen wir das Der beste jetzt hier sauber Nach Hause spielen Und dann beim Boss hier Mit gut vielen Tries Ihn wirklich leben Legen Leben ja Denn wir haben so viele neue Sachen bekommen Deswegen hoffe ich will ich Das wir den schaffen Komm ich das Jawohl Wir haben jetzt den Laser Ne den Laser hatten wir letztmal auch schon Den Das Feuer Das Feuer ist bestimmt stark Das ist nämlich hier Das ist nämlich hier so eine Wasserwelt Und ich denke mal Dann ist ja bestimmt Das Feuer ist ziemlich stark Und die dann Oder gar nicht effektiv Ich hoffe es doch mal Wenn nicht gehen wir zu dieser Rose Weil da denke ich mal Haben wir was was effektiv ist Es fehlt ja nur noch Blanca Und diese Rose Und dann haben wir schon alle fertig Dann mal schauen was das Nässt kommt Okay Hier kommen wir rüber Hier kommen wir hoch Hier müssen wir uns wieder beeinflusst kommen Die ganzen Fliegedinger Wieder aufladen Hier den Sprung Nicht vergeigen Hallo Ich möchte den Jawohl Das ist gut Den haben wir auch down Hier hoch Sehr gut Schon mal aufladen Und hoch Jetzt auf Savepoint Der ist hier Habe ich mir ja schon ausgerechnet Wo der ist Ich habe ja schon so oft gespielt Ich bin schon so oft gestorben Bei diesem Spiel Andere Wochen 10 Trice Beziehungsweise 10 Part Für die spiele ich 20,30 Weil ich so unglaublich guter Mega Mein Spieler bin Aua So hier geht es weiter Hier war eine Konzentrationssache Die ich hoffentlich schaffe So jetzt mach ich ja erstmal den Slime hier weg Damit ich mich besser konzentrieren kann So Jetzt hüpft Weiter Der Fuß muss fast komplett auf der Über dem Abgrund sein Hüpft Ja das sieht gut aus So Wieder aufladen Und dann geht es weiter nach unten So Savepoint ist hier Hier kann sie nichts machen Sie trifft mich nicht mit ihrer AOE Und Ihr Laser kann ich quasi wegschießen Hier wieder aufladen Und nicht zu weit sliden Lars Nicht zu weit sliden Konzentration Zurück sliden Jawohl Den Daumen machen Dann easy das nach Hause hier schaukeln Und hier können wir durch Fuck Ich hab noch damit bekommen Hier hoch Hier den Savepoint suchen Der ist hier Gott Hier fuck fuck Das ist der behinderte hier Der Raum Hier geht es leider Ich einfach so Ist mir egal Bekomme ich damit Egal egal So jetzt sind wir bei Blanka Und wir wenden wieder ne Part Das ist so göttlich Jedes Mal wenn wir bei Blanka sind Wenden wir ne Part Ich bin der Zuschauer Wir spielen Street Fighter X Mega Man Bis zum nächsten Mal Ciao ciao